Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei hochhackigen Schuhe richtig sexy aussehen und dabei trotzdem bequem zu tragen sind. Unsere Nummer 1 sind die Elegant Park Brautschuhe. Auch wenn diese für die Hochzeit entworfen sind, wäre es viel zu schade, wenn man diese Schuhe nur einmal im Leben tragen würde. Denn das super elegante Design passt einfach prima zu jedem gehobenen Anlass oder einfach nur, wenn man richtig sexy aussehen möchte. Die 10 cm Absätze zusammen mit der Satin-Oberfläche und dem funkelnden Schmuck sehen einfach fantastisch aus. Und noch dazu loben fast alle Rezensionen, wie bequem diese Schuhe sind. Der Schmuck wurde mit Fäden angenäht. Theoretisch kann man diesen somit auch abnehmen, was aber natürlich ein wenig schade wäre. Besonders ansprechend ist auch der günstige Preis, denn Brautschuhe ähnlicher Qualität kosten häufig das Doppelte. Was können wir zu diesen Schuhen noch mehr sagen, als die Fotos nicht bereits schon viel besser ausdrücken? Die Kunden bewerten die Elegant Park Brautschuhe mit 4,9 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung direkt unter dem Video. Als Alternative empfehlen wir die Tamaris Damenstiefeletten. Die Firma Tamaris produziert die beliebtesten Damenschuhe auf dem Markt, die stets sehr hoch bewertet werden. Am besten gefallen uns dabei diese 10 cm hohen Stiefeletten. Die Innensohle ist leicht gepolstert, wodurch sich diese Schuhe sehr gut zur kühleren Jahreszeit eignen. Dabei sind diese Stiefel nicht nur zum neidischen Hingucken geeignet. Man kann damit auch sehr bequem gehen, wie fast alle Rezensionen lobend betonen. Das hochwertige Material sieht auch nach häufigem Tragen noch sehr gut und neuwertig aus. Die Kunden bewerten die Tamaris Damenstiefeletten mit 4,8 Sternen. Unsere Nummer 3 sind die Kaya Plateau Pumps. Diese sind je nach Größe günstiger als die anderen beiden Schuhe. Das Material ist nicht ganz so hochwertig, wie man auch sieht, wenn man ganz genau hinschaut. Dafür sehen die Schuhe nicht weniger sexy aus, was diese Schuhe wohl auch dem sehr hohen 13 cm Absatz zu verdanken haben. Aber auch wie bei den Elegant Park Brautschuhen loben dennoch sehr viele Kundinnen, dass sich diese Schuhe trotz der Höhe bequem tragen lassen. Eine Vielzahl an Farben garantiert, dass du genau die Schuhe findest, die zu deinem Stil und deinem Outfit passen. Die Kunden bewerten die Kaya Plateau Pumps mit 4,7 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, die perfekten hochhackigen Schuhe zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim Schuhekauf.